Bist du unsicher, ob du den Goethe-B2- oder Teltsch-B2-Test machen sollst? Keine Sorge, ich helfe dir, die richtige Entscheidung zu treffen. In diesem Video werde ich dir die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Prüfungen erklären, damit du genau weißt, welcher Test besser zu deinen Zielen passt. Das B2-Niveau im gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen, GER, steht für fortgeschrittene Sprachkenntnisse. Mit einem B2-Zertifikat kannst du anspruchsvolle Texte verstehen, dich zu verschiedenen Themen spontan äußern und Argumente klar und strukturiert darlegen. Warum solltest du eine B2-Prüfung ablegen? Das B2-Zertifikat ist ein wichtiger Nachweis deiner Sprachkenntnisse. Viele Universitäten, Arbeitgeber und Behörden in Deutschland und Europa verlangen ein B2-Zertifikat, um zu zeigen, dass du in der Lage bist, die Sprache sicher im Alltag und im Beruf anzuwenden. Auch wenn du das Zertifikat nicht für Arbeit oder Studium brauchst, gibt es Vorteile. Es motiviert dich, gezielt zu lernen und dein Deutsch zu verbessern. Außerdem bekommst du durch die Prüfung eine Bestätigung, dass du die Sprache wirklich beherrschst. Schauen wir uns die Prüfungen Goethe B2 und TELTS B2 genauer an. Beide beinhalten die gleichen Abschnitte. Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Aber es gibt einige Unterschiede. Die Gesamtdauer der Goethe-Prüfung liegt bei rund 3 Stunden 5 Minuten. Die TELTS-Prüfung ist etwas kürzer und dauert etwa 2 Stunden 35 Minuten. Dieser Abschnitt bei TELTS beinhaltet auch die Sprachbausteine. Was genau sind Sprachbausteine? Hierbei handelt es sich um Aufgaben, bei denen du die richtigen grammatikalischen Strukturen und Vokabeln in Lückentexte einfügen musst. Das Ziel ist es, dein Wissen über Grammatik und Wortschatz zu testen, wie du hier im Beispiel sehen kannst. Jetzt zum Geld. Ein wichtiger Punkt für alle. Goethe B2 normalerweise 285 Euro. Mit Goethe-Kurs nur 213 Euro, 75 Cent. Clever. Buch den Online-Sprechkurs für 199 Euro. 10 Sitzungen, 1 zu 1 Gespräche. Spart bei der Prüfung und übt gleichzeitig. TELTS B2, 219 Euro. Was passiert, wenn man nicht besteht? Bei beiden Prüfungen gibt's eine zweite Chance. Bei Goethe könnt ihr einzelne Module wiederholen. Jedes Modul, Lesen, Hören, Schreiben oder Sprechen, kostet 109 Euro. Mit Goethe-Kurs in den letzten sechs Monaten nur 81 Euro, 75 Cent. Bei TLC ist es anders. Ihr wiederholt entweder den schriftlichen Teil, also Lesen, Schreiben und Hören zusammen, oder den mündlichen Teil. Jeder Teil kostet 199 Euro. Okay, letzte Runde. Wie lange dauert das Warten auf die Ergebnisse? Goethe ist da flexibel. Von zwei Tagen in Schwäbisch Hall bis zu vier Wochen in Hamburg. Die meisten kriegen's nach einer bis zwei Wochen. Bei TLC heißt es für alle, Geduld haben. Vier bis fünf Wochen brauchen die immer. Dafür läuft's überall gleich. Zum Abschluss möchte ich euch eine kurze Zusammenfassung der Vor- und Nachteile beider Prüfungen geben. Goethe B2 Vorteile Schnellere Ergebnisse in den meisten Fällen Möglichkeit, einzelne Module zu wiederholen Oft bekannter bei internationalen Institutionen Nachteile Etwas teurer, falls ohne Rabatt Längere Gesamtprüfungsdauer Anspruchsvollerer Schreibteil TELS B2 Vorteile Günstiger im Grundpreis Kürzere Gesamtprüfungsdauer Zusätzlicher Grammatikteil aufgrund der Sprachbausteine Nachteile Längere Wartezeit auf Ergebnisse Nur komplette Teile können wiederholt werden Möglicherweise weniger international bekannt Na, was klingt für euch besser? Denkt drüber! Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, die Unterschiede zwischen Goethe B2 und TELS B2 besser zu verstehen. Wenn ihr noch Fragen habt oder eure eigenen Erfahrungen teilen möchtet, schreibt sie bitte in die Kommentare unten. Habt ihr schon eine der Prüfungen gemacht? Lasst es mich wissen, wie es für euch war. Und wenn ihr mehr Videos zu Deutschprüfungen oder Sprachenlernen allgemein sehen wollt, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und viel Erfolg bei eurer B2-Prüfung, egal für welche ihr euch entscheidet.